Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum neuen Odin war shoppen, aber kurz und knapp kann ich nicht. Es ist zwar nur das, aber ganz kurz und knapp geht es nicht. Es sind zwei Sachen, die eine kann ich euch aber nicht zeigen, weil die schon im Auto ist. Ich habe mir eine elektrische Pumpe gekauft bei Amazon. Die werde ich euch auch unten drunter verlinken. Qualität sehr gut, also gut verarbeitet alles, geile Bewertung, super. Aber die hat 59,99 Euro gekostet oder 98. Aber das, was man in den Kanister reinsteckt, ist unten zu dick. Das ist 35 Millimeter im Durchmesser. Und mein Kanister hat aber nur 31. Und es stand aber in der Beschreibung nicht. Das habe ich dann nur später, weil ich mich gewundert habe, dass es nicht gepasst hat, habe ich mir die ganzen Bewertungen dann nochmal durchgeguckt. Und dann stand das bei ein oder zwei Bewertungen drin. Da dachte ich mir, ja toll. Also habe ich das zurückgeschickt. Und habe halt die 59 noch Fahrrad, also knapp 60 Euro, wieder gekriegt. Dafür habe ich mir eigentlich Fußmatten holen wollen für mein Auto. Weil das Problem ist, ihr kennt ja Kupplung und Gas oder Bremse. Man muss halt immer die Füße bewegen. Und unten auf der Fußmatte ist meine Fußmatte durch. Da ist ein Loch drin. Und das ist die, wo an der Seite Qashqai steht. Da habe ich eine gesucht. Ich wollte aber nicht gleich wieder die für fünf, sechs bis zehn Euro irgendwas, wo ich sage, die schlackern da hinten wie ein Lämmerschwanz. Die kann man nicht richtig festmachen. Ich wollte schon passend für das Auto haben. Habt ihr welche gefunden? Für 59 Euro. Da stand irgendwie Sport Edition oder so drauf. Ja. Und dann habe ich noch welche gefunden. Dabei später mit einer guten Bewertung. Für 29,99 Euro. Ich muss nochmal nachgucken. Nicht, dass ich euch was falsch jetzt sage. Ah, ne. Ich habe hier noch was anderes gekauft. Ja. 29,99 Euro. Das haben die gekostet. Die sehen jetzt zwar nicht so doll aus. Also ganz normal Standard. Aber da, wo man mit dem Fuß bewegt bei Gas und Kupplung und Bremsen, da ist halt nochmal so ein Gummiteil. Leider steht da nicht Qashqai und die Nähte sind auch nicht irgendwie speziell. Aber ganz normal. Die halten, die haben auch so unten diese Knöppe zum Rindrücken im Auto. So unten. Damit die nicht hin und her wackeln. Und die sind unten so angeraut. Die sitzen bombenfest. Da wackelt gar nichts hin und her. Also da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Da hoffe ich, dass ich die nochmal kriege. Mit Kaschkei-Logo vielleicht. Später irgendwann. Dann habe ich geholt. Ich habe noch was geholt, aber das kann ich euch nicht zeigen, weil das für den Jahrestag oder Geburtstag für ins von Beden, für meine Freundin ist. Und momentan guckt sie ab und zu mal meine Videos. Deswegen kann ich das nicht zeigen. So, dann habe ich geholt. Ariel, die Meerjungfrau. Auf Blu-ray. Ja, ich habe es auch bei Disney Plus drin. Ja, auch dort haben wir Ariel schon geguckt. Meine Frau fand das scheiße, weil da die neue Tonspur drin ist. Weil die müssen das ja, die machen das ja, neuerdings bleibt ja ein Film nicht, wie er ist. Nein, man passt das Audio irgendwie alle paar Jahre mal an. Totaler Quatsch. Die Lieder hören sich scheiße an bei Ariel, bei dem neuen. Die Stimmen hören sich scheiße an. Das ist nicht Ariel, wie ich sie kenne. Vom echten Film, da weigern wir uns komplett hinzugucken, weil das kannst du dem Kind nicht antun. Fabio ist ein komischer Fisch da. Der sah so niedlich aus im normalen Ariel. Aber auch bei Mulan habe ich mich ja beschwert. Hätten sie Mulan, also die Realverfilmung von Mulan, hätten sie die nicht Mulan genannt, sondern irgendeinen anderen Namen genommen. Irgendeinen anderen. Toll. Okay. Super. Aber es soll ja die, das Mulan sein, was damals als Animationsfilm, beziehungsweise als Zeichentrickfilm rauskam. Und das hat mit Mulan damit überhaupt nichts zu tun. Der Drache fehlt, irgendwie die Liebestory geht, also die lange Geschichte und das Verheimlichen und so. Das alles viel zu kurz und zu knapp. Da geht so viel verloren. Das ist nicht Mulan. Das ist nicht Mulan. Also das, also, also da können sie, das, da weigern ich mich. So, äh, das kann ich euch nicht zeigen. Achso, das ist die Pumpe, die ich geholt habe, die ich zurückgeschickt habe. Hört das. So, das ist die hier. Ich werde die euch auch verlinken. Wenn ihr einen normalen Metallkanister habt, wo oben dann halt praktisch so ein etwas ovaleres Loch ist und dann hat man ja noch so ein kleines Metallding, damit halt Luft drin kommt. Das hat einfach mit der Zange weggedrückt, dann passt es da rein, haben einige geschrieben. Ich habe aber normale Plastikkanister, 20 Liter Kanister, bumm, bumm, ganz normal aus dem Baumarkt. Oder einer ist aus Polen, von der Tankstelle. Äh, da passt das nicht. Das ist halt echt doof. Aber macht nix. So, dann habe ich gekauft, das habe ich für meinen Bruder gekauft, zum Valentinstag für seine Freundin. Also, das kann ich euch ja zeigen. Das hat mein Bruder für seine Freundin gekauft, beziehungsweise ich. Das ist so ein Rosenbär, irgendwie, keine Ahnung. Also, das sieht aus wie ein Bär, aber halt aus Rosen. Das habe ich bestellt, zu meiner Mutter liefern lassen, weil die sollte das einpacken, weil mein Bruder ist ja während der Woche nicht da. Der ist ja auf dem Bock, der ist ja LKW-Fahrer. Der ist ja nicht da. Also hat meine Mutter das dann eingepackt und zu der Freundin von meinem Bruder gebracht. Ich habe denn für meine Freundin zum Valentinstag, was aber auch nicht am Valentinstag kam, sondern jetzt erst, habe ich das gekauft. Ja, das ist halt so ein Anhänger mit zum Herz. Da habe ich dann, kann man dann aussuchen, was man reinschreibt. Ja, ähm, ich habe, ich habe Männchen, äh, nee, äh, ich habe da unten halt die Namen von mir und meiner Freundin und dann halt der Datum, wo wir zusammengekommen sind. Auf dem Männchen steht mein Name, auf dem Mädchen der Name von meiner Freundin. Ja, und wir haben das jetzt so gemacht, dass, äh, sie das Weibchen hat, ich das Männchen mit unserem Datum. Wir sind aber überlegen, ob wir vielleicht tauschen, dass sie halt ein Männchen hat mit unserem Datum, ich halt ein Weibchen, weil es ja ihrs, äh, und dann ergibt das halt unten dieses Herz, äh. Da müssen wir mal gucken. Und dann, ich soll ihr ja nicht mehr so viel Klimbim für die Wohnung schenken, weil meine Frau hat gesagt, ähm, der einzige Klimbim, meine Frau ist nicht so, die mit, so wie ich, Figuren hier in Regal oder was weiß ich, nein, nein, nein. Der muss am besten clean sein. Lowboard, wo nix drauf ist oder so, weil das muss ja nicht sein. So ein Lowboard ist ja nicht dafür da, dass da man da was raufstellt. Doch Bilder stehen bei ihr drauf jetzt, von der Kleen. Aber das auch jetzt erst, sonst steht da nix drauf, weil das ist ja ein Lowboard, das ist einfach nur da, dass man unten in irgendwas rein raufstellt. Räumen kann, ein Receiver oder so, aber oben darf nichts stehen. Och, Regale und so, das ist so minimal wie möglich. Ja, das nischt irgendwie Klimbim oder so. Das ist, so ist meine Frau. Und, ja, ich hab mir dann noch geholt, aber als Download vor die Woche, weil das Angebot einfach zu geil war. Ich wollte eigentlich nicht, weil, äh, ich wollte eigentlich für mein Geld diesen Monat wollte ich mir Banshees kaufen. Mit, mit den Geisterjägern. Das wollte ich mir eigentlich kaufen. Und dann kam Avatar dazwischen. Weil da war bei Playstation Plus, für Playstation Plus Besitzer ein richtig geiles Angebot. Ein richtig, richtig geiles Angebot. Die normale Version, die, äh, irgendwas, äh, 79 kostet oder so, runtersetzt auf, äh, knapp 45, 46 oder 47, nee, 47 Euro. 47 Euro. Und, die ganz große Version von 130 Euro auf 77 Euro. Und ich wollte eigentlich die für 47 Euro kaufen. Eigentlich. Dann hab ich aber ein geiles Angebot noch zusätzlich. Also kam irgendwie alles, ich hab ja dann nach Playstation Guthaben geguckt. Weil ich kaufe, da hat ja nicht einfach dein Geld auf und dann, ja, da kannst du so viel verlieren. Dann kaufst du 100 Euro, gibst 100 Euro, hast du 100 Euro für Land. Pfff. Nein, ich habe dann 80 Euro aufgeladen. Nee, beziehungsweise ich hatte noch ein bisschen Geld drauf. Ich hab 70, nee, 75 Euro hab ich, glaub ich, aufgeladen. 75 waren's, glaub ich. Weil ich ja noch ein paar Euro drauf hatte. Weil ich ja vorher meinen, äh, Playstation Stars Geld ausgezahlt, also wo man Punkte sammeln kann. Hab ich ja dann mir ein Guthaben auszahlen lassen. Und da hab ich für COD ja den Battle Pass geholt. Und dann war da noch was übrig. Und dann hat das erreicht für die 77 Euro Version von, äh, von, äh, Avatar. Und ich habe für diese 75 Euro bezahlt. Weil es gibt ja sowieso nur, äh, äh, 50. Also ich hätte ja sowieso, äh, für die 47 hätte ich 50 Euro aufladen müssen. Also eine 50 Euro Karte kaufen müssen. Äh, die steht momentan, äh, stand, wo ich geguckt hab, äh, für einen Kurs für 43 Euro oder so. 43 Euro. 43 ein paar zerquetschte. Dann hätte ich 50 Euro gehabt und hätte mir Avatar holen können. Aber, da war ein Angebot, daher habe ich 75 Euro gekriegt, für irgendwie 53 Euro ein paar zerquetschte. Da war irgendwie Sale, Rabattaktion, keine Ahnung. Und dann noch ein Rabatt und dann kann Gutscheincode noch damit bei. Und dann habe ich das alles eingelöst. Und dann musste man halt, äh, äh, Onlinebank, die haben halt nur zwei Methoden, wie man bezahlen kann. Deswegen kauft man wahrscheinlich, kauft man halt wenig bei der Seite und deswegen promoten die das wohl mehr. Ähm, die haben halt nur Kreditkarte und Sofortüberweisung. Dann gehst du zu so einem Portal, gibst deine, äh, deine, deine, äh, Net-K-Dingsbums und was weiß ich, das ist ja das online vom Konto. Ja? Also nicht Sofortüberweisung, das ist so ein anderes Ding gewesen. Habe ich mir vorher gegoogelt, ob das alles vertrauenswürdig ist, ja. Und Bewertung vom Shop war gut, war alles im grünen Bereich. Und da habe ich, anstatt ich 50 Euro auflade und 50 Euro kriege, oder wenn es günstig ist, 43 Euro und 50 Euro habe, habe ich jetzt für 53, also für 10 Euro mehr, 75 Euro bekommen. Und weil ich noch Geld drauf hatte, habe ich mir Avatar, die große Version, für 130 geholt. Beziehungsweise, ich habe ja nicht 130 bezahlt, ich habe die 77 Euro bezahlt. Sonst hätte ich mir jetzt Benjis diesen Monat geholt. Weil Geld ist auch nicht so da, dass ich halt hier alle Monate irgendwelche Spiele hole. So, und dann bei Amazon habe ich ja noch, weil, wie gesagt, die Pumpe habe ich ja zurückgeschickt. Also wird auf mein Amazon-Konto die 59 Euro ja wieder überwiesen. Und wir hatten ja, ich hatte ja die 60 Euro und dann für Ariel habe ich bezahlt. Eigentlich wollten sie 7 Euro bei Amazon haben, aber Medimops hat es auch angeboten für 1 Euro. 1 Euro, ich guck mal nach, ich will euch nichts falsch jetzt sagen. Bestelletailsanzeigen. 1,96 Euro. Ach, ganz unten steht es. So, eigentlich hätte es mich 7 Euro gekostet, aber ich habe jetzt bezahlt 1,96 Euro, da Medimops ist, also nicht direkt Amazon, 3 Euro versandt. Das ist auch ein bisschen doof bei Amazon oder bei Medimops, wenn du auch bei Amazon, sagen wir mal, gebrauchte DVDs oder gebrauchte Blu-ray kaufst. Sagen wir mal, Medimops oder wie bei beiden ist es das Gleiche. Du zahlst für jeden Artikel 3 Euro Versand. Für jeden. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, nicht nur Ariel, sondern Mulan und auf dem Highway ist die Hölle los für mich oder der blutige Fahrt Gottes oder so. Wenn ich dann halt, sagen wir mal, 4 DVDs bestelle oder Blu-rays oder DVDs und Blu-rays, ist ja egal, wie es sich zusammensetzt, zahle ich jedes Mal für jeden Artikel 3 Euro Versand. Jedes einzelne Mal. Auf der Webseite weiß ich jetzt nicht genau, aber bei Amazon, wenn du einfach mal mitbestellen willst, hast du dann Versand. Ich nehme bei der Webseite, glaube ich, nur einmal. Ja. Deswegen, so weit hält, wenn ihr mehrere kaufen wollt, bei der Webseite, nicht bei Amazon. Dafür habe ich jetzt 3 Euro Versand bezahlt. Also habe ich jetzt insgesamt bezahlt, nicht 7 Euro und gratis Versand, sondern 1,96 Euro plus 3 Euro Versand, also 4,96 Euro, wo der Versand halt schon mit drin ist. So, und dann habe ich, also wie gesagt, wir haben auf meinem Konto halt die 60 Euro für die Pumpe, habe ich aufgeladen. Dann hatte ich, glaube ich, noch 10 Euro drauf und dann habe ich das vom Konto abbuchen lassen, also Ariell. Weil ich wollte das Guthaben da nicht anrühren, auf meinem Amazon-Konto, weil ich ja noch eigentlich was anderes kaufen wollte. Also wie gesagt, Fallendienstag, ist ja vorbei, aber Geburtstag kommt, Muttertag kommt, so. Da bin ich mir noch nicht so schlüssig. Und dann habe ich mir das gekauft, was ich jetzt, also ich euch jetzt zeige. Regulärpreis 59,99 Euro. Und ich hatte dann da irgendwie, da waren halt so viele Sachen, irgendwie Rabatt, irgendwie was weiß ich Prozent und dann konnte man noch irgendwas einlösen und was weiß ich. Ich zahle jetzt, glaube ich, knapp 20 Euro oder genau 20, ich weiß es nicht. Und da habe ich mir das hier holt. Das wollte ich schon immer mal haben. Das ist Wollte ich schon immer mal haben und bin immer nie dazu gekommen. Ein elektrisches Staubgebläse 3 in 1. Druckluftspray, 3 Gang. 110.000 Uhr die Minute oder so, elektrische, elektrischer Kompresset. R-Diffuser mit 7800 mAh Akku, PC Reinigung mit LED, Licht und für Laptop, Sofa, Auto. Ja, also das ist halt das Ding. Und so ein Ding wollte ich schon immer mal haben. Erstens für den PC, dass ich halt da auspusten kann, Lüfter und in die kleinen Rillen und so. Einmal mal, ja, dass man den vernünftig sauber machen kann. Zweitens fürs Auto, weil es gibt Stellen im Auto, wo du mit dem Staubsauger nicht rankommst. Dann kannst du dann, pfft, die Bläse machen, pfft, kommt der Dreck da raus oder Staub, pfft, und dann sieht es wieder sauber aus. Ja, aber es gibt halt, du kannst halt mit dem Lappen, da kannst du dann nochmal lang gehen, aber mit dem Staubsauger kommst du da nicht rein, kannst du am Rand saugen, aber da kriegst du nicht raus. Mit der Bläse, pfft, weg. Ja, und auch, ja, deswegen wollte ich das unbedingt haben. Ja, PC, Playstations sauber machen, so weit halt. Das ist hier drin, da mache ich auch gleich ein Unboxing und dann gucken wir uns das einfach mal an. Also, aufmachen können wir das hier jetzt schon. Wenn ich jetzt wieder mal mein Messer hier haben würde, ich habe einmal hier ein Messer und das ist dann immer weg. Ich habe auch noch von meinem Topf hier. Kommentierfalltopf, das Ding, da ist auch Klinge mit bei. Also, es ist kleiner, als ich gedacht habe. Entschuldigung, das ist jetzt nur wieder viel Quatsch in dem Video, aber wie gesagt, die zurückgesandeten Sachen kann ich euch nicht zeigen. Und die Matten auch nicht, aber das Auto geht demnächst in eine Waschanlage. Und dann kommen die Sommerreifen, also bevor die Sommerreifen raufkommen, das ist am 25. Und bis dann wird es auch etwas wärmer noch und das Wetter besser. Und dann nehme ich Kamerastativ und so mit. Und dann werde ich im Garten von meiner Mutter das Auto mal backen. Und dann werde ich ein Video machen vom Auto, damit ihr das nochmal seht. Und was sich verändert hat, so Kleenteile, was ich geholt habe und so, da habe ich auch negative Erfahrungen gemacht. Ich hatte ja so ein Video gemacht, wo ich bei AliExpress Sachen geholt habe. Die sind an sich ganz gut. Da musste ich ein paar Sachen mehr bestellen, dass ich Geld spare. Müsst ihr euch das Video angucken. Vielleicht verlinke ich es euch. Und ich hatte dann auch so runde Kreise für die Boxen geholt, damit halt nochmal Akzent gesetzt wird. Für vorne und für hinten. Der Kleber, also das Ding ist abgemacht, der Kleber hält nicht. Und da hast du ja nur 15 Tage Rückgabe recht. Und ich wollte es halt nicht im Winter machen, wo es so arschkalt war. Und dann, ich wollte es jetzt machen, nicht im Sommer, aber jetzt, wo es halt besseres Wetter ist. Ja, der Kleber hält nicht. Ich muss gucken, dass ich anderen Kleber da draufklebe und das dann drauf mache. Aber so, insofern, das ist er. Das ist viel kleiner, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, das Ding ist etwa so groß. Aber ne. Aber Hauptsache, der macht das, was er machen soll. Weil ich wollte schon immer mal so eine Bläse haben. Für den PC und halt so zum Putzen und so. Und auch, der hat auch hier so eine kleine Tülle. Kann ich dann am PC lassen, dass ich das dann liegen. Dann kann ich dann auch mal schnell am PC-Tisch stoppsaugen. Oder die Tastatur absaugen. Oder keine Ahnung. Whatever. Da bin ich mir gespannt. Compressed Air Duster. Druckluft. Staubtuch. Steht nicht Staubsauger. Steht Staubtuch. Dann würde ich sagen, war das jetzt für heute. Wie gesagt, es ist halt jetzt nicht weltbewegend. Also ich habe nicht so viel. Weil das wird alle teurer, Leute. Und es klappt halt nicht. Und im nächsten Monat werde ich vielleicht nochmal irgendwas holen. Ich weiß es nicht. So kleine Klienigkeiten. Aber halt vielleicht dann auch wieder ein Spiel. Aber mehr ist dann hoch erstmal nicht so drin. Dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Obwohl ihr jetzt nicht so viel gesehen habt. Ihr habt mir gequatscht. Aber das gehört ja auch mal dazu. Habe ich denn das Video eigentlich mit den Töpfen? Doch, das kam schon. Mit den Töpfen kam schon. Ich gucke nochmal nach. Wenn nicht, hole ich die Töpfe aus der Küche. Zeige sie euch nochmal. Kommt das jetzt hier im Anschluss. Aber eigentlich habe ich das gemacht. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Livestream angezockt oder so. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. 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 Odin.